So Leute, grüßt euch. Jetzt habe ich ein Safe Game drin und einen Cheat Mod. Ha. Da wollen wir mal gucken. Ja komm. Was jetzt abgeht. Uhuhu. Was haben wir denn hier für Autos stehen, Ladies? Uhuhu. Testen wir mal. Jetzt weiß ich mich, ob die Autos auch unzerstörbar sind. Hm. Nöcker. Äh, ja. Ja. Haha. Wir sind nicht unterstörbar oder? Taaaiiii. Ähh. Mist, doch nicht. Nicht unterstörbar. Wow. Wow, was ich geht bei den Handlen. Ohhhhh. ...warte mit deinem Auto gehen! ...warte mit deinem Auto gehen und deinem Tod auf den Welt! Hä? Nachdem ich das Auto nicht verliebt habe … Hey, das ist Julien. Ich kriege doch einen Cut, aber es geht nicht kaputt. Ey, das ist so massiv, aber es geht doch irgendwie eine Art von... Und das ist aber auch kein Cheatweg. Und wie gesagt, jetzt, ne, unendlich, also, ne, also, alles freigespielt, ne. Und mal sehen wir nicht hier, wo... Oh, ha, ich weiß, glaube ich, wo wir sind, Leute. Warte mal, ich weiß doch hier... Boah, fast. Motherfittin, 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 Motherfittin... Boah, das ist ein geiles Auto. Du hast einen Schock, ha? Ja, ne, ich krieg echt nur... Katze, aber war keiner schade. Ha, na, pfeffrig. Echt, die gehen nicht kaputt, aber die... Ha, 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 pfeffrig, dass du das bist. Die krieg vielleicht noch ein bisschen Katze, aber das war's auch schon. Yeah. Mega messig, so, will ich das doch haben, so, muss das doch sein. Ja, wir sind mega cool. Ha, ha, ha. Ja, ha, 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 ha. Oh sorry! ja tut mir leid, du standst auf dem Haufen warum steht ihr denn auch auf dem Haufen, Mensch doch was war das krass, aber legst du dich mir an, oder was selber schuld, was legst du dich dann auch mit mir an darf doch wohl nicht wahr sein wie oft doch, ihr sollt euch nicht jede Menschenmenge hinstellen dann kriege ich einen Krampf und dann warum versteht ihr das denn nicht, ich sag's euch, ich warn euch doch das gehör aus dem Kopf schon wieder Menschen, Leute, ich hab euch doch gesagt, warum hört ihr den nicht ja tut mir leid, warum müsst ihr denn auch in einem Haufen stehen, warum ich kann von der Polizei immer noch gejagt werden, das habe ich halt nicht ausgemacht ey da mal rot geht doch in die Polizei, mag ich schön, dass wir nicht kaputt gehen habt ihr das gesehen wie der geflogen ist, der war klasse wie der geflogen ist, wie der geflogen ist wie der Auto gerade geflogen ist mega mäßig interessant, man geht hier nach mega geil Entschuldigung 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 ich find das so witzig, Leute, ohne Scheiß ich find das so witzig madresite ja, keine Schade ja dreckig ist das Auto da kommt vor jetzt hat alle zu lang doch was ist los mit euch mega geil ja wir können ja jetzt überall hin ja mega mäßig ha ha ah oh scheiße oh scheiße das wurde immer mitgefüllt jetzt hab ich Mist gewollt oh Mist ich bin in die Polizei rein gekloppt ach du scheiße so jetzt ist vorbei jetzt muss ich immer wirklich das ganz schnell machen Oh! Das war noch aus dem Weg, Alter! Aus dem Weg, aus dem Weg! Leute, was ist los?! Es wird euch schon wieder neu! Neu! Oh! Wirklich, richtig, richtig. Schön. Na, Glückwunsch. Alles wieder gut, ey! Oh, tschuldigung! Oh! Oh! Wie geil! Ich bin's klasse! Juhihihi! Tschö! man kann man sie zu glück hatte er dies gemacht der polizist woher kommen wir scheiß jetzt mal roten als kurz mal so jetzt grüne kann ich auch neue leute nicht die ich nicht im haus stehen nicht im haus alles so knapp das kann man echt so riskiert das kann mit an sich so ein bisschen riskiert scheiße diese querdinger da die wissen passieren das heute geht aber gar nicht schon wieder auto kommen was wäre es mit der die reine brener kann bis in den kopf und da hat er auf die karte woher tag und da mal liesche karte Ist das cool, ey. Oh, schon wieder. Fängt ihr schon wieder alle Menschen auf, worum zu stehen? Ich hab euch doch gewarnt. Nicht doch, nicht doch schon wieder, nicht doch schon wieder. Ich hab keiner das längste Sack kaputt reißt. Ohohohoho. Das musst du jetzt sein. Schon wieder. Fängt doch schon wieder mit euch. Wie oft denn noch liegt im Menschenhaufen. Ich hab doch nicht X-Probleme. Hier ist doch ne Garage, ne? Aber was war das für ein Unfug von hier? Aber da ist keine Garage. Okay. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich haus da ab. Was? Oh, oh, oh. So in der Augen ein Polizist. Oh, schon mal. Entschuldigung. Ach, ich feuer ein Gegenverkehr. Ich feuer ein Gegenverkehr. Das habe ich gar nicht gemerkt. Perfekt. Let's go. Weiterhin. Wenn ich dir schon wieder ein Licht im Menschen auf dem Licht im Haugen stehen, Leute, tut es nicht. Tut es bitte einfach nicht. Denn ich kann nicht den Kirchenkörper, da muss ich euch überfahren. Das war nicht. Ehrlich war das geklappt, was ich wollte. Weiter, Polizei. Oh, oh, oh. Warte, habe ich ihn erschlagen, oder was? Oh, und da steht da jetzt einfach nur los. Oh, 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 oh. In den bin ich immer reingeflogen. Hat perfekt funktioniert. Herrlich, muss ich sagen. Wirklich, Herr. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ne, ey. Ne, hier ist an sich nichts. Hier ist jetzt so an sich nichts Relevantes. Ne, ne. Mach den Auge auf. Hundertprozentig, Leute. Hundertprozentig. Nogga, Nogga. Hüt, hüt, hüt. Oh, 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 oh. Hat dir das gesehen? Hundertprozentig schon wieder, ey. Der war schon wieder sowas von hundertprozentig. Ich kann nicht mehr. Er hat wieder geglaubt. Was ist so für den Kopf, oder was? Was tut das? Was machst du da? Ich kann nicht mehr. Weiter hin und her. Klochschi, ey. Sehr in so gelegentlich, Leute. Aufheuerung. Oh, 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 oh. Ne, 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 ne? Oh, daß die jetzt das appliance. Aaaah. Oh, перев Anklärung. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh! Oh, 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 oh. Was巴 aumentar. Oh, oh, oh. O Montag. Hörb ich hier fahre, ey. Oh, Mann. Leute, ich will aber hier noch viele andere megamützige Sachen machen. Nee, jetzt war echt die gute Entscheidung, dass ich mir das jetzt geholt hab. GTA 4. Wieder GTA 5, Leute. Nee, aber GTA 4 bin ich besser. Mama und Papas. Oh, ne wo? Nein, nicht wahr. Blablabla. Das war schon wieder knapp, ey. Wo ist es? Okay, Timberlade. Mist, ich hab ja. Oh, Entschuldigung. Ey, du scho, du neust das doch, Entschuldigung. Oh, ho, 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 ho. Die haben wir uns- Ich kann nicht mehr- Hörb ich ne, ho, 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 ho. Scheiße. Oh, Mann, Mann. Dass ich euch aber auch eiderlich mit dir erwische, es kann ja wohl nicht wahr sein. Du hattest doch einmal da dran vorbei, wenn ich... Oh, ah! Na toll, Moment mal. Ah, Teleports. So. So, erzähle ich voll dich von uns an. Na nur. Ah, das... Doch, haben wir einen Irrott. Shit. Oh, Mann. Na egal, komm. Na, ist nämlich der andere, weil die Haare jetzt voll im Kopf. Oh, Mann, hier, weil... Na, das konnte ich hier zu schießen, vertreiben wurde. Boah, Feuer. Gut, die Purschku vertreiben wurde. Feier ist oben, jemal. Aber die Haare jetzt voll, ne? Was kreist dich überhaupt an? Spinnst du endgültig, oder was? So, was vernünftiges Neues suchen, jetzt. Warte mal, Leute, jetzt machen wir uns noch ein bisschen gerüst. Taxi. Raus da. Sieh zu, dass du raus... Sieh zu, dass du raus hast, habe ich gesagt. Da haben wir noch kaputt. ... ...takes no prisoners, it's better for another episode. And a sharp jump show that it's changed everything. The human world standards and masks are so funny. It's America's fit. It's a procedure that I bought it, man. I'm only from a service to the church, man. And the pull-up, it'll end up with religion. But we couldn't say nothing, because we knew we had one. The big yard family, you know what it is. Shaggy. For real. Master B Radio, Baba Kahn, it goes by the name of Munga, 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 I'm a rebel. I said Munga, I'm a rebel. Master B Radio, we in the streets, hot body. You know what we tell some haters? You know what we tell some haters? Munga, Tana boy! So. Mal kurz eben gemeinsam schauen, wie man einen Special Job startet. Tastatur, Controller, auch schon mal so. Belegung, Kiojo, Kontrollbelegung, so. Blicken, Steuern, Pause. Nach hinten sehen. Telefront, oh, in der Reihe sehen. Im Fahrzeug. Wie kann man denn Spezial-Volk-Missionen machen? Hä? Das verstehe ich nicht. Oh ja. Wie, gibt's das gar nicht mehr, oder was? bis. Jetzt. gewonnen besser das? Wie war's denn? Das ist eine Toil-Maus-Option, so, allgemein, der Fahrzeug, Hupe, Kurzschließung, Rufschrauber, Nackern, Waffen, Gibt's sowas, hat man gar nicht mehr mit Spezial-Missionen und sowas? Gibt's das gar nicht mehr? Warte, echt jetzt nicht? Das gibt's echt nicht mehr? Doch, da Aktion, ach, Aktion ist eh, da haben wir's doch. Komisch, wir können doch mal Taxi-Missionen machen, soweit. Keine Ahnung, versteh ich jetzt nicht. Ja, wo ich mich dabei ist, noch Zeit, die so immer noch ein bisschen rum durch die Gegend, so, landen da. So, wir machen jetzt mal Folgen, ich steige mal kurz aus. Jetzt setzt uns eh mal ein Punkt auf die Karte. Wo bin ich? Hier, ne? Gut. Da haben wir mal, ähm, so. Teleport, brr, bing, waaah! Ah! Hat geklappt! Ja! Äh, und wo ist das? Ach, hier ist das Sound, da, ne? Oha! Steh, wir sind ja auch geiler weggegangen, glaub ich, ne? Ja, dann gehen wir erstmal nach Hause, speichern ab, dann ist der Part für heute auch durch, dann werde ich noch die weiteren Cheat-Modifikation reinpacken. Aber eigentlich funktionieren ja sehr schnell alles, wie wir es brauchen. Aber fehlt noch irgendwie was. Hello! Yeeeeh! Megamäßig! Ohohoho! Ne viel bessere Hütte, hier will ich! So, äh, ach hier, wahrscheinlich ist es im Bett nennen, ne? Ne, Quatsch, jedes Mal dasselbe mir. Äh! So. Ja. So. Bam! So, Leute, dann danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, gebt mir eine Daimung. Bis zum nächsten Mal bei GTA 4, bye!